Kapitel 3 Oh, Ärger am Totschuklaun Das ist nicht gut Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 5 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 Ja. okay mal gucken hat mein energie erfolgt ja sehr gut ich habe ja keine nebenmission gut dann speichern wir immer noch mal also wieder was denn ein viel kurz verspalten einfach diese frau in ruhe lassen können sind schon klar gott noch mal immer wollen die stress ja ja er kürzt die wand mh Was willst du hin? Was willst du hin? Was willst du hin? Ich hab schon kein Problem den zu fangen. Jetzt zeigt mir ein Tutorial. Was ist denn... Oh, ja, ja. Ich treffe mich. Jetzt. Hier, fang. Ich hab ihn. 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 Ja gut, so doll bist du jetzt nicht Kumpel. Ja gut, so doll bist du. 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 machen wir shooting ja auch das jetzt funktioniert das sollte sich ja doch nicht von der gefälschten waffe und einer echten waffe ach so aber da kommen wir nicht aua Verdammt, verdammt. Easy. Los. Ach so, dann geht es einmal, warte mal, nothing, warte mal, nothing. Ah, okay, ich hab da übel so die Schnauze für dich gekriegt. Ah, warte mal kurz, ich komm mal wieder. Dann sollten wir vielleicht ganz kurz aufladen. Gut, ich bin mal gespannt, wie das andere wird, äh, da wird's wieder noch suicidal. Oh, warte, hier können wir wieder, äh, erfahren zurück davon. So. Nee, das würde ich schon ganz gerne durchmachen, das ist ja witzig. Wenn wir dann gleich neue Fähigkeiten erlernen, ist ja noch witziger. Ja. sehr gut äh ich hier leider erhöht sich dadurch ja das leveling nicht dafür noch 40 aber gut habe ich eigentlich meinen lieben kurz zu kommen mittlerweile waren das irgendwo hier gewinnen speichern mal kurz wenn wir schon mal hier sind das ist so ich weiß nicht, haben wir den dritten gemacht ne? wohl ich ja nicht, glaube ich genau weiter geht's ja, bin bereit komm bitte da ich bin bereit da seid ihr bereit? Teamarbeit, los jetzt. Jo, was sollt ihr denn da machen? Ja, das ist ein Dissenscheiß. Junge! Da komm ich mal mal hoch. Hä? Hä? Was soll man denn, was macht man denn da? Toll. Ich kann auf jeden Fall gleich was hin da einnehmen. Hä? Hä? Hä, was soll ich denn machen? Hä? Ich hab nix. Keine Ahnung, Alter. Wo sind wir mit so nem Scheiß? Wir kämpfen doch keinen Gegner. Also ich glaube, die ist so... Hä? Was macht man da? Hä? Warum krieg ich denn keine Schusswaffe? Komm, Kitzchen. Ja. Wie weicht man das denn aus? Also hier wäre ne Erklärung... Ja, warte. Dann kann ich mich nicht töten lassen. Ich finde es aber auch keinen Sinn, wenn ich nicht bleib. Ich kann mir gar nicht gut anhalten. Krass! Ja, warte mal. Dann lad mal neu. Oh, sag du da jetzt nicht. Du kannst nicht neu laden. Oh, nee, oder? Ich dachte doch, ich dachte schon. Ich dachte schon, das spät als nicht. Ich muss das eben kurz ausarbeiten. Mach mal. Was? 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 Oh, nee! Nein! Was ist weg? Hallo, weg! Oh, Alter! Ich habe alles geladen! Ich habe doch gespar... Nee, wir müssen jetzt verarschen, oder? Hallo? Oh, das ist eben vieles mal... Das ist eben alles doof, was ich vorher nicht speichern konnte. Das ist ja das eben immer doof, was ich dann immer erst einmal erledigen muss, bevor du einmal einmal speichern kannst. Dann kannst du die Katze natürlich überspringen. Mach mal hin. Hey, das ist verlaufen, oder war es andere? Ach, komm, komm, jetzt komm. Ja, mach doch mal weg. Die sollten danach nochmal einen Saver anbieten. Das ist ja besser. So, warte mal. Load. Das, das hier. Ach so! Er hat das, der das oben hingeballert. Ach so, so geht das, okay. Sehr schön. Sehr schön. Also immer schön oben. Okay, wo war das jetzt? Alte Schwede, was war denn das? Ja. 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 Ich spreche mich dann nicht. Ja, schon allein gehen will ich. Ja. Ja. Ja, du, ich hab keine Ahnung, was man da, muss ich ganz schnell hinter ihm kommt. kommen wird genau das shooting ist klar und das andere auch klar aber muss ich vielleicht die ganze leben kann sich allein nicht einfach neu starten also ich kann machen jetzt nicht getroffen warum auch immer ja es ist ja super lustig ich weiß nicht wie es geht es ist ein trick geben das machen wir später das machen wir das merken und jetzt mal das mal nachgucken